Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar geht es diesmal darum, ich wollte euch jetzt nur noch einmal mitteilen, ihr könnt gerne auf unserem TS eine kleine Ecke haben für eure Gilde oder für einen Clan, was ihr auch gerne wollt. Hier zum Beispiel haben wir für uns GTA Gaming, haben wir hier eine kleine Channel eingerichtet, oben natürlich alles beschildert, GTA Support, GTA Atten Bereich. Und hier unten haben wir zum Beispiel die Fury in the Storm Gilde aufgenommen, die hat hier einen kleinen schönen Bereich, der von hier bis hier geht. Da unten kommt dann die VIP Channel oder hier könnte natürlich auch schon euer Bereich sein. Meldet euch einfach bei mir per PN auf YouTube oder meldet euch direkt auf dem TS, direkt an mich hier, 007 Promi, einfach melden. Und dann bekommt ihr eigentlich normalerweise euren Channel Bereich, natürlich auch mit Servergruppen hier zum Beispiel, für die ganze WoW-Gilde hier, Mimmerbetreuer und die ganze Scheiße. Also meldet euch einfach bei mir, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!